Asylpolitik Fast 24.000 Menschen hat die Bundesrepublik 2017 abgeschoben. Das sind deutlich weniger als im Vorjahr. Dabei wollte der Innenminister die Zahl eigentlich erhöhen. Entgegen den Ankündigungen der Bundesregierung ist einem Bericht zufolge die Zahl der Abschiebungen 2017 im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Insgesamt seien 5,6% weniger Abschiebeanordnungen ausgeführt worden als 2016, berichtete die BILD am Sonntag unter Berufung auf Sicherheitskreise. Im Jahresverlauf seien 23.966 Flüchtlinge zurück in ihre Heimatländer gebracht worden, 1409 weniger als im Vorjahr. Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, CDU, hatte sich eigentlich eine Erhöhung der Zahl der Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber zum Ziel gesetzt. Dafür sah eine nationale Kraftanstrengung nötig, sagte er vor einem Jahr. Dem Bericht zufolge erfolgten 98% der Abschiebungen per Flugzeug. Für die Maschinen habe die Bundespolizei 2017 insgesamt 11 Millionen Euro bezahlt. Die Charterkosten pro Flugzeug legen zwischen 130.000 und 330.000 und Euro. Unter den abgeschobenen waren demnach auch 60 Gefährder. Quelle Doppelpunkt AFP Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.